Slipper Klarer, der Marke Natural Fit, beide Semino, in drei Farben erhältlich, in schwarz, in blau und in beige. Wir haben die Weite H, Obermaterial ist echtes Hirschleder, gefüttert ist mit echtem Leder in Kombination mit Stretchmaterial. Er hat ein wechselbares Fußbett, Komfort, er hat zwei Kuppezüge eingebaut, eine Absatzhöhe von drei Zentimeter, Solmaterial ist EPS, in den Größen 35 bis 44 erhältlich, auch für unsere großgewachsenen Damen. Schon bereit für die nächste Gartenparty? Eins steht auf jeden Fall schon mal fest, die ultra bequemen Slipper Klarer der Marke Natural Fit, beide Semino sind auf jeden Fall nicht wegzudenken. Kombinieren kannst du dieses Modell in drei wunderbaren Farben perfekt zu Kleidern, zu Hosen, zu Jeans und zu Blusen und jetzt noch ein kleiner Geheimtipp meinerseits. Viele Kunden kaufen sich Klarer auch als Hausschuhe, weil sie so bequem sind. Warum das so ist, erkläre ich dir jetzt, der Semino hat diesen Schuh in hochwertigem Hirschschleder gefertigt, das für höchsten Komfort sorgt und eben wunderbar weich deinen Fuß umschließt. Und für alle Mädels unter euch, die eben kräftigere Füße haben, ist das auch kein Problem, denn die weite Haar von der Zehenspitze bis zur Ferse ist da wie für euch gemacht. Und du kannst auch deine eigene Einlagen reinlegen. Hier ist genügend Platz dafür. Manche brauchen einfach Platz für ihre eigene orthopädische Einlage. Und mit der Absatzhöhe von nur drei Zentimeter bist du immer sicher unterwegs und die flexible Laufsohle vollendet diesen wunderbaren Schuh von Tessanino. Egal also, ob für die nächste Grillefeier als Hausschuhe oder zum Spazierengehen im glitzernden Sonne klarer macht dich bereit für neue Abenteuer. Eure Bicke.